Nikolaus Patrick Steffen Kardinal Wiseman war ein englischer katholischer Theologe und wurde der erste römisch-katholische Kardinal und Erzbischof. In England nach der Reformation. Leben. Wiseman studierte in Irland und Rom katholische Theologie. Er war Seminarist am päpstlichen englischen Kolleg und wurde am 19. März 1825 zum Priester geweiht wurde er apostolischer Vika in London. Innerhalb der nächsten zwei Jahre gelang es ihm, die Wiederherstellung der katholischen Hierarchie in England und Wales durch Papst Pius IX zum Ziel zu bringen. Er selbst wurde dabei zum Kardinal und Erzbischof von Westminster ernannt. Wiseman hatte maßgeblichen Einfluss auf die Konversionen von John Henry Newman und Henry Edward Manning. Vielfach aufgelegt und übersetzt wurde bis in die neuere Zeit sein historischer Roman Fabiola, der die Schicksale mehrerer bekannter Opfer der diokletianischen Christenverfolgung miteinander verknüpft und seine Vertrautheit mit der altchristlichen Literatur zeigt. Sein Grab ist in der Krypta der Westminster-Kathedrale in London. Zeitgenössischer Nachruf. Der Tod von Kardinal Wiseman wurde in den britischen Zeitungen ausführlich kommentiert. Die Londoner Abendzeitung The Star formulierte beispielhaft, was die Öffentlichkeit empfand.